Okay, Chat, was geht ab? Wir machen heute den Berghain-Simulator mit... Hallo! Was, hallo? Wie heißt der? Das reicht schon, Bruder. Sag deinen Namen! Den Namen werden wir im Club schon erfahren. Ozan30. Oh, nein! Auf meiner rechten Seite! Hasan! Hasan! Was geht ab? Stark. Wir haben heute alle keinen Namen, Bruder. So, und Biggie, du fängst an, als erstes in den Club zu kommen. Dir werden Fragen gestellt und du musst die einfach beantworten. Du musst immer in die Kamera gucken. Okay. Ganz wichtig! Ganz wichtig! Ihr dürft nicht sauer werden! Bist du allein? Du, wie es aussieht? Wieso sollte ich dich reinlassen? Wieso nicht, Bro? Ich bin Dancer. Ich kann tanzen. Hast du was genommen? Nee. Nur ein Bier. Sorry, schon voll. Du... Was voll? Voll. Volle Minuten. Was für voll? Da vorne war nicht der. Ich war der einzigste, der in dieser Club. Nicht mal eine Schlange war da. Voll! Wie alt bist du? Äh... Dreißig. Weißt du, wer heute spielt? Dein Vater. Dein Vater und der Vater, der Cousin. Wo kommst du gerade her? Von... Von der anderen Partie. I go, no, to der anderen. Passt heute nicht. Was machst du schon? Ey, Bruder, das ist nett. Nee, Bruder, das ist kein Trick, Bruder. War das ein Trick? Warst du schon mal hier? Ja... Ja, klar. Ja, sicher. Ja, klar. Wer spielt heute? Dein Vater. Wo kommst du gerade her? Von zu Hause, du... Stanzierung. Passt heute nicht. Du... Bist du zum ersten Mal hier? Nein, ich war schon mal hier. Was war alles? Wer spielt heute? Forty... Forty Fives. Die Forty Fives. Kommst du gerade her? Von einem anderen Club. Nicht. Ey, du kleiner... Wallah, Billa, was für heute nicht du... Du Semmel. Ali. Bist du allein? Nein, ich bin mit Begleitung, siehst du doch. Weißt du, wer heute spielt? Ibrahim Tatbestes Best of. Coca-Sham Edition. Quatsch. Hast du was getrunken? Nee, hab ich nicht, hab ich nicht. Ich trinke nicht. Ich ziehe nur. Heute nicht. Ah, nein, 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 ich hab nur zwei Freien bekommen. Bist du zum ersten Mal hier? Ich bin Stammkunde hier. Ich hab auch eine Stempelkarte. Auch bester Club. Ich hab letztens Insta-Story gemacht. Wieso sollte ich dich reinlassen? Ey, wenn du mich reinlässt, weißt du was da für eine Party abgeht? Ich bin die Stimmungssau. Party-Bruder, Staffel 1 bis 3, alle geguckt. Bist du drauf? Nee, ich bin nicht drauf. Ich bin depressiv. Ich bin eher down. Deshalb bin ich hier beim besten Club. Mach mal die Tür auf jetzt, komm, heute. Komm, Fünfer. Heute nicht. Wann heute nicht? Wann dann? Wenn nicht heute, wann dann? Wie alt bist du? Ich bin 24. Weißt du, wer heute spielt? Ich hab mir das, um ehrlich zu sein, nicht angeguckt, aber ich feier allgemein die Musik. Ist irgendwas Bestimmtes hier so? Kann ja sein. Hast du was getrunken? Nein, ich trinke nicht. Ab und zu vielleicht mal ein Glas Weißwein, aber ich weiß, vielleicht ist das hier ja nicht so. Mal gucken. Ich hab auch immer Geld auf Tasche. Heute nicht. Du kleiner B****, du B****. Heute waren dann. Letztes Mal war auch heute nicht. Letztes davor war auch heute nicht. Salamachi. Bist du allein? Ich bin allein, aber meine Familie ist groß. Wieso soll ich dich reinlassen? Ja, Bruder, weil ich hier oft hinkomme und Stimmung mache, Bruder. Was für eine Frage. Mein Onkel holt hier manchmal die Automaten ab. Der macht die Automaten leer. Wo kommst du gerade her? Aus Wedding. Ich schwöre auf alles, wenn du kommst, ich schwöre. Malla billa, du isst zweimal so. Pass heute nicht. Sag doch wenigstens Tschüss oder so. Wie alt bist du? 18. Wer spielt heute? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Bist du drauf? Jetzt schon. Bitte. Heute nicht. Warst du schon mal hier? Äh, nein. Äh, nein. Äh, I came back here, äh, eight years ago. Glaubst du, du bist hier richtig? Äh, nein. Aber, I'm a cooking. You know, good friend. Deutsche Pass. Wo kommst du gerade her? Äh. 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 From the Toze. Eh? My friend, call me. I'm here. I'm a cooking. Hey, my friend. Go by sides. Äh. 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 Passt heute nicht. Wie alt bist du? 25. Glaubst du, du bist hier richtig? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Vielleicht ja. Vielleicht nein. Hast du was getrunken? Ich? Nein. Tabu. Da drinnen. Passt heute nicht. Du. Warum? Distanzierung. Distanzierung. Warum? Warten wir uns. Bist du zum ersten Mal hier? Ja. 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 Wieso sollte ich dich reinlassen? Weil ich sehr viel Geld da anlasse. Sehr viel Geld dabei hab. Bist du drauf? Und wie? Passt heute nicht. Ey. Das folgt so an, Bruder. Was? Na, voila. Gibt's denn den Echt? Gibt's denn? Wo kann ich ihn sehen? Gibt's denn? Gibt's denn? Wo kann ich ihn sehen? Gibt's denn? Bist du allein? Nein, mit meinem Cousin. Siehst du doch. Weißt du, wer heute spielt? Ich hab keine Ahnung. Ist mir eigentlich auch scheißegal. Hast du was genommen? Ja. Ja. Droga. Sorry, schon voll wurde. Was? Warum? Warum? Bruder. Warum, Bruder? Wie alt bist du? Ey Sven, ich war nur letzte Woche hier. 7. 7. 12 Cent. Du kennst mich doch. Glaubst du, du bist hier richtig? Ich bin hier absolut richtig. Richtiger geht's gar nicht. Ich hab so viel Geld dabei und ich werd die Weiber heute aufreißen. Ich will drei Tage hier drin bleiben. Hast du was genommen? Ja. Und ich hab den Kofferraum voll. Wenn du irgendwas brauchst, wir können richtig viel Geld machen heute Abend. Und ich f*** die Mutter, wenn du mich nicht reinlässt. Heute nicht. Ich hab's versucht wie letztes Mal. Aber jetzt wünsch ich, wir distanzieren uns. Das ist alles nur zur Unterhaltung. Was geht als das? Bist du allein? Ja, ich bin allein. Aber in meinem Kopf sind zwei. Wer spielt heute? Ich bin so drauf, ich weiß es nicht. Ich will drei Tage hier schlafen. Bist du drauf? Ob ich drauf bin? Ja. Ich flieg. Passt heute nicht. Deine *** nicht. Deine *** nicht auf meinen ***. Distanzierung. Warst du schon mal hier? Ja, war ich. Weißt du, wer heute spielt? Weiß ich nicht. Wer weiß denn so'n Scheiß? Wer kommt hier freiwillig hin? Berghain. Toter Club. Toter... Kommst du gerade her? Weiß ich ja nicht, woher ich herkomme. U-Bahn, S-Bahn, Bus. Auf jeden Fall nicht von dir. Von deiner Mutter auch nicht. Passt heute nicht. Bist du allein? Nein, ich bin mein Freund. Ich bin nicht allein. Ja. Glaubst du, du bist hier richtig? Vielleicht normal. Vielleicht normal. Wo kommst du gerade her? Für... 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 For... 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 For another way. I was to come from... From... Which... Wall Street City? Sorry, schon voll heute. Du kleiner ***. It's not voll. It's not voll. Let me in. Warst du schon mal hier? Nein. Nein. Wer spielt heute? Nein. Kommst du gerade her? Ja. Passt heute nicht. Bist du zum ersten Mal hier? Nein, Cousin. Ich bin jedes zweite Wochenende hier. Kennst du mich nicht? Von letzter Woche noch? Glaubst du, du bist hier richtig? Bro, du kennst mich doch noch von letzter Woche. Was ist mit dir los? Hast du mich schon vergessen? Ich bin's, Colin. Hä, Bruder, wir kennen uns doch. Wo kommst du gerade her? Bro, bei deiner Cousine? Du, also, darf man dir nicht so sagen, aber die hat dir Bescheid gesagt, Bruder. Heute nicht. Wie heute nicht? Wie heute nicht, Bruder? Warst du schon mal hier? Nein, Bruder, noch nie. Das erste Mal. Wieso sollte ich dich reinlassen? Bruder, keine Ahnung. Ich hab mich ein bisschen verlaufen. Das ist ja auch das erste Mal, dass ich überhaupt in den Club gehe. Ich hab gehört, der hier soll sehr gut sein. Deswegen wäre cool. Lass mich rein! Lass mich rein! Ey! 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 Komm. Gibst du schon auf? Der hat doch gesagt, komm rein. Hat er... Nein, der hat gesagt, nein. Warst du schon mal hier? Nein, noch nie. Erstes Mal. Aber ich hab gute Dinge gehört. Wer spielt heute? Ich bin nicht ganz sicher, aber eine Freundin von mir ist hier. Sie hat mich eingeladen. Hast du was genommen? Ja, bisschen so, weißt du, bisschen getrunken, aber nicht zu viel. Mir geht's noch gut. So hab ich schon voll heute. Ey, das kann doch nicht sein! Warst du schon mal hier? Ich war noch nie hier, aber ich glaub, ich bin am richtigen Ort. Wer spielt heute? Ich weiß nicht, wer spielt, aber ich glaub, ich lass mich einfach überraschen. Ich glaub, da kommt was Gutes auf mich zu. Bist du drauf? Nein, ich bin nicht drauf. Aber kann sein, dass ich's werde. So hab ich schon voll heute. Echt? Egal. Morgen vielleicht. Bist du zum ersten Mal hier? Ja, ich bin hier zum ersten Mal hier. Wer spielt heute? Äh, no lo so, wer spielt heute? Keine Ahnung. Vielleicht spiel ich heute was vor. Hast du was genommen? Nein, hab ich nichts genommen. Willst du was haben? Heute nicht. Yalla! Was ist das, ja? Bist du zum ersten Mal hier? Was fragst du mich? Was für Fragen, Alter? Du weißt ganz genau, wer ich bin. Jetzt Yalla. Mach nicht so viele Faxen. Glaubst du, du bist hier richtig? Ich bin ganz genau richtig. Und wenn du so weiterredest, mach ich dich zum falschen Ort. Hast du was getrunken? Ich trinke hier nicht, Habibi. Ich lebe von Luft. Mach nicht so dumme Fragen, lass mich einfach rein. Ich trinke hier. Ach, ich trinke hier. Komm. Oh. Oh. Who the fuck are you, mate? Hast du schon mal hier? What the fuck are you talking about, mate? You gonna let me in this fucking club? Or smash your fucking face on the boardwalk there? Weißt du, wer heute spielt? Don't ask no fucking stupid questions. You ain't the one who's asking questions. I ask the questions, mate. Get the fuck out of here. What? What's wrong with you, mate? Don't look at me like that. You little weirdo. Passt heute nicht. What the fuck are you talking about? Wie alt bist du? Bruder, ich weiß gar nicht. Bruder, was ist mit dir? Was fragst du mich für komische Fragen, Bro? Ich bin... Alter ist nur ne Nummer, ist scheißegal. Wieso sollte ich dich reinlassen? Warum sollst du mich... Hast du mich schon mal gesehen, Bruder? Guck mal, wie ich aussehe. Natürlich sollst du nicht. Ha. Ha. Nein, Leute. Ist doch normal, Bruder. Wo kommst du gerade her? Boah, ich weiß nicht, Bruder. Ich hab so viel gesau... Sorry, Bruder. Ich hab schon ein bisschen... bisschen viel Intus, aber... Ja, keine Ahnung, Bruder. So. Passt heute nicht. Nix. Wie alt bist du? Ey, Sven, hör mal mir genau zu. Mein Alter spielt keine Rolle. Du lässt mich jetzt in diesen... oder wir haben ja gleich ein ganz großes Problem, Sven. Weißt du, wer heute spielt? Bruder, wer spielt, ist scheißegal, Sven. Du lässt mich jetzt sofort in den Club. Juck nicht, Bruder. Bist du drauf? Was für bin ich drauf? Siehst du aus, als ob ich drauf bin? Cousin, was ist los mit dir? Red dich so frech mit mir, lass ich dich rein. Passt heute nicht. Ey, Junge. Alter, war doch. Digga. Bist du zum ersten Mal hier? Shouja, Maniak. Ich war gestern schon hier. Hast du mich vergessen, oder was? Wer spielt heute? Ich. Nur ich spiele heute. Wer soll spielen? Hast du vergessen? Ach, Sven, Bruder. Dein Lohn ist zu viel, glaub ich. Bist du drauf? Ähm, wie kommst du noch darauf, ja? Ich meine, Bruder. Wir kennen uns ja nicht seit gestern, weißt du? Ist schon ein bisschen mehr hinter, weißt du, Bruder? Aber, ähm, ja. Nein. Ich glaube nicht. Komm. Äh, Bruder, weh, was? Ja, Maniak. Berücksch, Bruder. Bist du zum ersten Mal hier? Ja. Ich möchte gerne hier, ähm, ETA bis morgen betreten. Aufgrund des grandiosen, äh, Musikgeschmackes, den ich hier mitbringe. Und ja. Wer spielt heute? Oeh, Lehenna Montana. Bist du drauf? Ich bin... Oeh, Lehen. Ich hab zu viel gezogen, Gowa. Ich weiß gar nicht, du, ob ich gezogen habe. So viel war das... Heute nicht. Mann, du... Achos, Grupper, sei ruhig. Wie alt bist du? 22. Du? Ja, komm mal. Weißt du, wer heute spielt? Oeh, Lehenna Montana. Sony Ericsson. Wo kommst du gerade her? Von zu Hause? Von wo soll ich kommen, du Idiot? Immer dieselbe Scheiße. Kannst du Absage packen? Genau da siehst du mich immer. Warst du schon mal hier? Guten Tag, geehrter Herr. Ich bin gekommen von Switzerland und möchte gerne in Ihren Club rein. Ich bin einen weiten Weg gekommen. Weißt du, wer heute spielt? Oh, Sir, das kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Ich bin doch gerade auf der Reise. Wo kommst du gerade her? Ich komme von Switzerland, dem Stadt, wo die Franken herrschen. Möchten Sie ein paar Diamante kaufen? Heute nicht. Verdammt, die Scheiße! Oh, was ein Schnurrbart. Warst du schon mal hier? Warst du schon mal hier? Ich bin Stammkunde, du Idiot. Lass mich mal rein, eine Flasche aufmachen. Ich hab Geld. Wieso sollte ich dich reinlassen? Ey, warum solltest du mich nicht reinlassen? Denn einen mit schwarzen Haaren und blauen Strähnen hast du reingelassen? Aber mich nicht. Ich sehe doch aus wie ein richtig guter Typ. Findest du nicht? Bist du draut? Ja, wer ist nicht drauf? Das ist eine Ansichtssache. Jeder ist drauf auf dieser Welt. Komm. Der will mich nicht. Egal, was ich probiere, der will mich nicht. Egal, wie oft und egal, wann. Ja, Sveniboy! Warst du da? Weißt du, der Grundschule? Verdammte Scheiße! Wie geht's dir? Wie alt bist du? Sveniboy! Ich bin 22! Tu doch nicht so! Wer hat's? Wie geht's dir? Weißt du, wer heute spielt? Wer heute spielt? Keine Ahnung! Lass uns rein saufen! Mach doch nicht so! Damals nach der Schule haben wir uns immer ein gesoffen, Digga! Hast du was getrunken? Hab ich was getrunken hab? Ich bin Sturz, bis auf... Ey, Sveniboy! Tu jetzt nicht so! Du weißt ganz genau, wir trinken uns immer die Brutze voll. Tu jetzt nicht so! So habe ich schon voll heute. Wollah, das ist so fett! Nur wegen dem Geld! Der Mann war vorher nicht so! Heute gehe ich in dieses Club! Heute will ich eine Mädchen sein! Wieder! Heute will ich... Heute... ... ... ... ... ... ... ... Okay. Weil deine Mutter hat gesagt, meine Sohn arbeitet in Security. Du kannst gehen bei meinem Sohn, der lässt in. Du musst mir ja lässt in. Bitte. Du... Du bist neidisch. Warum? Ich hatte mit deiner Mutter... Mama, ich habe einen Zolo. Yaka, Mama, ich habe einen Zolo. Who is where in? Du bist neidisch. Du bist neidisch.